so liebe leute hier ein kleines informations video noch mal und zwar ihr seht es ja schon im hintergrund heute abend ist ja die nächste die nächste gameshow bei mir auf dem twitch kanal ja wir werden jetzt nicht wir haben jetzt einen knoten in meiner zunge wenn ich was im first try versuchen will vorzutragen es bleibt auch ungeschnitten so wie es ist und zwar neben familienduell werden wir jetzt auch das glücksrad mit rein nehmen was für den unregelmäßigen abständen mal spielen werden das erste mal heute abend 20 uhr aber halt in der only streamer kollegen and friends version je nachdem wie das ankommen wird werden wir es auch öfter mal ja mit zuschauer und co machen da wenn wir die zuschauer version machen discord ist da wirklich die pflicht weil ihr müsst reden wenn wir immer drehen denn mit der verziehung warten müssen bis ihr in buchstaben schreibt brauchen wir für ein ganz normales spiel sechs stunden und das wird so aber dann zu lange die zweite sache ist und zwar ich habe es noch mal verlängert heute abend wenn der stream zu ende ist schließt der channel bei mir auf dem discord mit spiele vorschlägen für den zwölf stunden community stream weil wie ihr wisst ich habe meine werte ja verloren gehabt mit den 200 abos zu meinem geburtstag deshalb nochmal hier die möglichkeit ihr könnt auch hier in den kommentaren unter diesem video noch die vorschläge abgeben die dann in den straw poll aufgenommen werden und im straw poll wird dann abgestimmt welche spiele werden wir in zwölf stunden community stream stream in diesem sinne ich wünsche euch schon mal für heute abend viel spaß und ja wer noch vorschläge haben haben solltet für den zwölf stunden community stream schreibt sie rein bedenkt aber bitte ich muss sie haben oder ihr schreibt mit rein ihr kriegt es organisiert dass ich es kann in diesem sinne viel spaß mit dem glücksgrad heute abend